Ich kann den Einreifen nicht zerstören. So. Hab ihn, jub. Gut, dann nehme ich gerade fast gestorben. Weil du mich einfach zurückgelassen hast. Nein, weil Pierce da oben drin saß. Kann ich auch nicht so viel. Ja klar, und die liefern den PC einfach mal im LKW. Ja, sicher. Der hat LKW aus Strom. Ich will dir 50 Euro. Ich bekomme einen schönen. Wunderbar. Ich werde es alles erklären, wenn das Ding aufgebaut wird. Der Computer. Geschafft. Wow. Schon wieder so viel Geld. Er will 18. Okay. Oh, ich hab schon wieder Verbesserung. Gesundheit 3. Du, du schaffst es einfach nicht. Du schaffst es einfach nicht. Und schon liegst du toter. Alter, what the fuck. Was machst du? Was machst du? Hä? Da, weil einer Foto. Da ist der Auftrag erst noch nicht aufgeklärt. Was ist das? Das mit den Lücken. Ernsthaft? Das wollte ich nicht. Dafür darfst du aufhören. Seriously, now! Boah, ey. Ja. Boah, ey. Phew. Ah, nimm... Nimm du die hinteren. Du hast nicht schneller aufs Auto. Jetzt hast du mir schon wieder die Reifen geklaut. Ich hasse dich. Du bist einfach vormsgefahren. Entschuldigung. Du bist kacke. Ich will keine Musik haben. Ich will, dass sie ja nicht zu mir einsteigen, die... Kack, Leute, ey. Was sind denn das für zwei Hipster, ey? Wir müssen ja nur drei Kontakte abliefern. Und bei mir sind zwei, in meinem Auto passen nur einer. Ja, ich hab hier zwei Leute. Du hast zwei, gut. Dann warte ich hier einfach mal auf dich. Hab einer. Ja, ich weiß. Dann passt es ja perfekt. Und ich bin an der Autor hat vorbeigefahren. Entschuldigung. Ich will dein Geld haben. Nicht weglaufen. Das war gut. Ich hab gesagt, nicht weglaufen, ne. Bitte gib mir einen Schallenge. Oh, das war ja leicht. Abgreifen. Abgreifen. 2.200. Jawoll. Also 2.200 hört sich nicht so rosig an hier. Bam, bam. Bam, bam. Bargeld. Woo. Okay, was kann ich mir davon kaufen? Schnelles Nachtladen 2. Ich mach mal, sollen wir unsere Banden eigentlich verstärken? Ich weiß nicht. Ich mach einfach mal, dass wir mehr als einen Begleiter mitnehmen können oder so. Okay. Was ist noch? Das da ist noch wichtig. Was noch? Wiederbeleben Tempo. Ich wusste gar nicht, dass es das auch gibt. So. Wo bist du hin? Ach, du bist im Wagen. Was machen wir jetzt? Guck hier, Donut. Da ist kein Donut. Mutter. Wie du den weggeworfen hast, gell? Ich würde sagen, wir gehen dahin und machen die Bandenoperation. Du hast mir schon wieder ein Loch gemacht, du. Komm, wir machen hier noch zwei Bandenoperationen. Dann kriegen wir auch wieder mehr Geld. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. So, die ist gleich hier. Oh, das Auto will ich danach noch haben. Welches? Sag ich dir nicht, sonst klaust du mir das. Nein, klau ich dir nicht. Komm, da ist die Bandenoperation. Die schon angefangen hat. So, die Brenner alle erst mal verlieren. Kaum Leben, I'm fucking kidding me. Du bist mir in den Lauf gelaufen. Sagen wir so, du hast mir mal in den Lauf geschossen. Warte, und da links ist gleich noch eine hier. Justiert. Money, money, money. Ja. Da blendgranate. Mal gucken, was die so bringt. Hast du auch keine anderen Granaten mehr? Ich hab nur noch die Klebegranaten und die, äh, andere. Nein, Granaten. What? So, kümmert du dich mal um die. Ich will mir mein Auto schon machen. Du schaffst das. Woo. What the fuck? Alter, ich werde dir angegriffen. So, ich fahr dann noch zum Domizil und motze den auf. Zeigen dir. Und dann können wir beenden. Ja. Jetzt ist die Alarmanlage angegangen. Nicht Auto angucken. Ich guck mich, ich guck mich. Da, schau'n, die ist Luft. Nein, fahr der nicht lang, der muss nicht langfahren. Ich bin schneller als du. Das hier ist ein cooles Auto. Oh, so eins würde ich mir auch kaufen. Ja, was, Heinz? Ja, das, was ich ihr dann gleich zeigen möchte. Gell? Echt? Du kennst doch die Michelle, gell? Welche Michelle? Äh, meine Michelle. Ja. Die hat bei mir allererst mal den Führerschein bestunden. Hat die Autoführerschein? Mhm. Schon. Und Doreen hat verkackt beim ersten Mal. Die können schon, sind schon 17. Ja. Oder 16. 17 sind die beiden. Und das Beste war dann so, äh, dann hat sie gesagt, ja, ich habe letztens auch schon eine Freundin nach Hause gefahren, bin ich so, what the fuck? Und dann habe ich ihr gesagt, wenn sie uns irgendwann mal abholt oder nach Hause, also wenn ihre Mutter uns irgendwann mal abholen soll, so nach dem Motto, weil die ja drin sein muss, soll sie uns aber fahren, weil ich das sehen will. Okay. Voll geil. Dann hat sie gesagt, ja, sie, ja toll, ich kann hier nicht sagen, wo sie langfährt, aber sie fährt halt jetzt schon überall rum und so, außer, außer bei uns im Dorf und im Nachbardorf fährt sie nicht rum. Willst du Nachbardorf da, wo ich halt erst zur Schule war, oder? Ja, genau. Äh, da will sie nicht fahren, weil die Straßen zu eng sind. Also in Bagdad will sie nicht fahren. Richtig, in Bagdad will sie nicht fahren. Verstehe ich auch. Ich meine, wer will da auch fahren? Dächer. Leute, ich kann Fahrrad auf mein Dach machen. Ich will auch. Aufkleber? Ach, die Dinger. Die da. Lackierung. In dem Gelb, das ist schön. Du, dein Gelb. Lass mich doch. Lass mich doch. Innenausstattung. In weiß natürlich. Mich hat irgendein Wichser überfahren. Oha. Dass du dieses Wort benutzt. Was bestimmt du, Lukas. Ja toll, ich hab ne Frau umgerannt und jetzt kam Dings. Äh. Was ist das denn? Äh, Polizei Dingsboos. So, jetzt kann ich sie zeigen, das Auto. Da holst du? Ah, da wirst du. Du bist ja gleich um die Ecke. Das ist zwar mega langsam, aber ich find's cool. Du bist doch so dumm. Äh. Ich glaub, du kannst das Auto gar nicht kaputt machen. Doch. Oh Gott. Es brennt. Oh Kacke. Du bist das so. Jetzt hatte ich hier mal ein tolles neues Auto. Warte, ich zeig dir mal, weil du ein cooleres. Coolerereres. Von wo werden wir eigentlich angeschossen? Polizist. Nein. Sting-Einsatz. Nein. Nein. Ich hoffe, es ist das Richtige, weil es mir jetzt gut ist. Nein. Ja. Kann man eigentlich auch einen zu Tode tasern? Klopp. Ach, du mit deinem Feuerwehrhaut. Ich hab mir den in den Niener gebracht. Warte. Feuer den an. Der ist doch von uns. Drück F, dann wirfst du den weg. Nein. Ja, egal, aber der gehört uns. Der kämpft für uns. Ja. Wo gehen wir hin? Warte, ich muss kurz was verbessern, ne? Weil unsere Banden, Leute, die haben nur... Die haben keine gescheiten Waffen. Warte, ich seh gar nichts. Ich bin mit Mühe. Oh, knapp an mir vorbeigefahren. Ab. Töte mich. Wuhu. Toll, der Nenja ist tot. Du willst du mal wiederbeleben. Ja. Ich will nicht aussteigen. Warte, bleib mal, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Und damit würde ich sagen, wir beenden die Folge. Jo, wir sehen uns nächstes Mal, halt. Tschüss. 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 Tschüss.